Herzlich willkommen bei Urknall Weltall und das Leben. Am 6. September 2022 wurden neue Bilder vom James Webb Space Telescope veröffentlicht. Da kommt ja immer mal was rein und diesmal war es ein Bild vom Tarantelnebel, der sich in unserer Nachbargalaxie befindet, der großen Magellanischen Wolke. Wir schauen uns mal genau diese neuen Bilder an. Damit wir uns ein bisschen orientieren können, gucken wir erst mal, wo das genau liegt und zoomen mal zum Tarantelnebel. Wir sehen hier das Band der Milchstraße und die beiden Magellanschen Wolken am Südhimmel. Hier unten noch die kleine Magellansche Wolke am Bildrand. Und wir nähern uns jetzt immer mehr dem Bereich der großen Magellanschen Wolke, einer irregulären Galaxie, die etwa 170.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. NGC 2070, der Tarantelnebel, auch 30 Doradus genannt, befindet sich im Sternbild Schwertfisch am Südhimmel. Und der Name kommt daher, das werden wir gleich erkennen, dass diese Form des Emissionsnebels ein bisschen an diese Wolfsspinne erinnert, mit Kopf und acht Beinen und so ein bisschen hat es eben die Anmutung. Das Webb-Teleskop hat jetzt hier reingeschaut und wir sehen gleich den Übergang vom Optischen ins Infrarote, nämlich jetzt das Bild, was von der Nahinfrarotkamera NIRCAM aufgenommen wurde. Der Emissionsnebel, der hier jetzt im Zentrum des Videos steht, wurde im Jahr 1751 von Nicolas-Louis de Lacay entdeckt, ein französischer Astronom. Und was vielleicht auch noch ganz wissenswert ist, ihr kennt ja die Supernova 1987a, die also im Jahr 1987 in der Magelanschen Wolke explodierte und die befand sich gerade an den Randbereichen von diesem Tarantelnebel. Das ist vielleicht ganz gut zu wissen. Und das James Webb-Teleskop hat also jetzt gerade diese Sternentstehungsregion sich genauer angeschaut mit drei verschiedenen Instrumenten, mit der Nahinfrarotkamera NIRCAM, mit dem Instrument für das mittlere Infrarot MIRI und mit dem Nahinfrarotspektrograph NIRSPEC. Wir werden alle Bilder, die es da gab im September 2022, besprechen und gucken jetzt erstmal genau auf das NIRCAM-Bild. Die NIRCAM hat ja verschiedene Filter und die Aufnahmen wurden mit vier verschiedenen Filtern gemacht, die den Wellenlängenbereich von 0,9 bis 4,4 Mikrometer abdecken. Das ist also eher der kurzwellige Bereich, der mit dem James Webb-Teleskop beobachtbar ist. Dann wurden, wie üblich, das ist ja hier ein Infrarotbild, die verschiedenen Infrarotwellenlängen den verschiedenen Grundfarben zugeordnet. Entsprechend bekommen wir hier die Anmutung, wie es dann aussehen würde. Rot ist immer dann den etwas längeren Wellenlängen zugeordnet und blau den kürzeren. Aber es ist alles eben Infrarot. Erstmal, was auffällt, ist dieser besonders helle Stern fast in der Bildmitte, in der Mitte auch des Nebels. Das ist also hier ein sehr heller Stern, der das typische Beugungsmuster zeigt, wenn man genau hinschaut, diese acht Zacken, die ja Artefakte sind von der Form des Spiegels und von der Haltevorrichtung des Sekundärspiegels. Typisch für solche Emissionsnebel mit Sternentstehungsregionen ist, dass wir zum einen sehr, sehr helle und junge Sterne sehen, eine Art Sternkindergarten, die eingebettet sind in Gase und kalten Staub. Im optischen Bereich ist ja der Staub typischerweise schwarz. Dunkelwolken sind zu sehen. Berühmtes Beispiel ist der Pferdekopfnebel im Sternbild Orion. Hier sehen wir natürlich auch noch Dunkelwolken. Wir sehen aber auch komplett leergefegte Bereiche, weil diese jungen Sterne, die hier zu sehen sind, blau dargestellt. Das ist also jetzt die kürzeste Wellenlänge im Infraroten, die mit der Nierchem hier beobachtet wurde. Diese Sterne sind sehr massereich und eben sehr jung und geben energiereiche Strahlung ab und Sternwinde und räumen damit die Region frei, in der sie da entstanden sind. Wir sehen deshalb solche großen Bereiche, wo gar keine Materie zu sehen ist und wir gucken da dann mehr oder weniger durch den Nebel durch. Es gibt aber auch Bereiche, wo wir ganz klar leuchtendes Gas sehen und auch Rostfarben dargestellt, die etwas längeren Wellenlängen. Da befindet sich dann gerade, was dann so dunkelrot wird, dort befindet sich eben sehr dichte Materie. Da kann selbst das James-Webb-Teleskop nicht durchschauen. Wir können aber sehr nah an diese jungen Objekte, die sich in diesen Säulen aus Staub bilden, dann herankommen und die uns näher anschauen. Das Besondere an dem Tarantelnebel ist, dass es eine Sternentstehungsregion ist, die besonders hell ist und besonders groß. Deshalb ist es auch ein gutes Ziel, um da genauer hinzuschauen. Der Nebel enthält einige tausend junger Sterne, die zum Teil zu sehen sind, zum Teil aber auch im Staub noch verborgen sind und selbst eben das Infrarot-Teleskop kann dort nicht hineinschauen. Wenn man in das Bild hineinzoomt, kann man sogar Hintergrundgalaxien sehen. Das hatten wir jetzt ja schon öfters bei den Web-Bildern gesehen, dass es möglich ist, dann sogar im fernsten Bereichen des Universums Galaxien zu finden, die weit hinter den Objekten stehen, die wir uns angucken. Wie gesagt, der Tarantelnebel ist 170.000 Lichtjahre in etwa entfernt. Dann schauen wir uns jetzt das Bild an, was mit dem Instrument Miri aufgenommen wurde. Da gehen wir dann in einen Bereich von etwas größeren Wellenlängen, aber bleiben natürlich im Infrarot. Das Bild, was von Miri aufgenommen wurde, stellt einen Ausschnitt dar. Der helle, orangefarben dargestellte Stern von dem Near-Cam-Bild ist hier in dem Miri-Bild wiederzufinden, erscheint aber türkisfarben. Wir müssen ja bedenken, der Unterschied zwischen den beiden Instrumenten ist ja, wir rutschen jetzt zu längeren Wellenlängen. Bei dem Instrument Miri haben wir Wellenlängen hier abgedeckt, auch wieder mit vier Filtern im Bereich zwischen 7,7 und 18 Mikrometern. Also etwas langwelliger. Die Auflösung von Miri ist ja geringer als bei der Near-Cam. Deshalb sieht der Stern auch einfach hier ein bisschen anders aus. Wir sehen immer noch das Beugungsmuster, hier aber mit sechs Zacken. Die anderen zwei, ich kann sie jedenfalls nicht erkennen, vielleicht seht ihr die in dem Bild. Das liegt an der Auflösung und natürlich auch daran, dass wir jetzt hier mit Miri eher auch kühlere Bereiche, Staub zum Beispiel sehen. Was unmittelbar auffällt, der schöne, bläulich erscheinende junge Sternenhaufen, den wir mit der Near-Cam im Bild gesehen haben, der ist fast verschwunden. Wir sehen hier so ein paar einzelne Sterne, die natürlich noch bei den Wellenlängen hier zu sehen sind. Aber was auch interessant ist, was bei der Near-Cam so rostbraun aussah, wie diese Säulen, wie das genannt wird, Säulen der Schöpfung, wird das auch beim Adlernebel genannt. Da gibt es ähnliche Strukturen. Das sehen wir jetzt hier in Türkis dargestellt. Also das sind die kürzesten Wellenlängen von Miri und die liegen eben jetzt hier im Bereich von 7,7 Mikrometern. Die Säulen, die wir bei der Near-Cam nicht so genau verfolgen konnten, können wir hier viel mehr Struktur sehen, weil wir tiefer in die Staubwolke hineingucken können. Das ist der große Vorteil des Miri-Instruments. Ansonsten, was hier dann rötlich erscheint, sind die längeren Wellenlängen, blau wieder die kürzeren, aber jetzt eben entsprechend mit einem anderen Filtersatz von Miri beobachtet. Vielleicht ist es ganz gut, weil wir jetzt zwei Bilder hatten von der Near-Cam und von Miri, wo verschieden stark in den Nebel hineingesummt wurde, dass wir die Bilder direkt nebeneinander stellen und dann mal vergleichend uns das Ganze anschauen. Hier sehen wir nämlich dieselbe Region in direktem Vergleich. Links die Near-Cam mit etwas kürzeren Wellenlängen, rechts Miri mit etwas längeren Wellenlängen, alles aber im Infraroten aufgenommen. Wir sehen hier in dem Bereich, wo solche Staubsäulen zu finden sind, Erosion könnte man sagen, also diese jungen Sterne, da prasselt das ganze Material, Sternenwind, energiereiche Strahlung, prasselt hier auf Gas und Staub drauf und erodiert sozusagen diese Wolkenstrukturen und dann bilden sich solche langgezogenen Säulen aus. Diese Säulen können wir etwas genauer mit Miri uns anschauen, die erscheinen hier auf dem rechten Bild türkis und so kann man viel genauer in diese Staubwolken hineingucken. Was man auch sehr gut in dem Vergleich sieht, ist nochmal die Gegenüberstellung dieses hellen Sterns, orange bei der Near-Cam, türkisblau rechts mit wenig ausgeprägtem Beugungsmuster und eben der Unterschied, man denkt so, hoppla, was ist hier passiert? Auf dem linken Bild bei der Near-Cam ein wunderschöner junger Sternhaufen und auf der rechten Seite mit Miri nur noch sehr vereinzelt Sterne zu sehen und das meiste ist verschwunden, weil die einfach bei diesen längeren Wellenlängen dann nicht so in den Vordergrund treten. Im September 2022 hatte nicht nur die Near-Cam und Miri auf den Tarantelnebel geschaut, natürlich wollte man auch Spektren aufnehmen. Das wurde mit dem dritten Instrument, was hier zum Einsatz kam, getan, mit Near-Spec, der Nah-Infrarot-Spektrograph. Das Bild, was die Betreiber, also NASA, ESA und auch CSA, das ist die kanadische Weltraumbehörde, veröffentlicht haben, ist hier zu sehen. Links oben sehen wir erst mal, dass nicht dieser sehr auffällige, helle Stern genauer angeschaut wurde, sondern etwas darüber befindlich ein Stern, der sich sozusagen am Kopf der Tarantel befindet. Hier in der weiteren Vergrößerung sieht man, welcher Stern das war. Ich habe jetzt bei der Recherche keinen Namen gefunden von dem Stern, der wurde jetzt auch bei dem Press-Release nicht veröffentlicht. Der hat bestimmt eine Katalogbezeichnung, eine Tumars-Bezeichnung, können wir gerne nachreichen. Vielleicht habt ihr auch was gefunden dazu, schreibt es gerne in den Kommentarbereich rein. Auf jeden Fall wurde dieser Stern jetzt genauer angeschaut bei verschiedenen Wellenlängen. Wieder intuitiv so gemacht, dass man die kürzere Infrarotwellenlänge blau darstellt, die mittlere grün und die längste Infrarotwellenlänge rot. Die drei Wellenlängen, die da benutzt wurden, waren 1,87 Mikrometer, 2,12 Mikrometer und 3,3 Mikrometer. Ihr wisst ja, wir hatten ja mal drüber gesprochen, dass es verschiedene Filter gibt bei jedem Instrument. Die Filter haben auch unterschiedliche Breiten und man kann unterschiedlich jetzt um diese Wellenlänge herum die Strahlung eben noch registrieren oder ausblenden, je nachdem, wie das gewünscht ist. Es gibt sehr breite Filter, es gibt aber auch sehr schmalbandige Filter und da gibt es einen ganzen Satz, der zur Verfügung steht und je nach Objekt oder nach Sache, die man da sich genau anschauen möchte, werden diese Filter ausgewählt. Und wie immer wird eben eine Zuordnung gemacht zu so einem Falschfarbenbild, zu den drei Grundfarben, die dann dieses Mischbild ergeben. Am Ende ist es aber immer ein Infrarotbild. Wir sehen also jetzt hier diese Daten von Niersbeck und das Ganze wird so interpretiert, dass wir bei den kurzen Wellenlängen den atomaren Wasserstoff sehen. Atomic Hydrogen steht hier drüber. Wasserstoff kommt ja in verschiedenen Formen da draußen vor im Weltall. Atomar heißt, es ist wirklich nur ein Wasserstoffatom. Wenn es sehr kalt wird, können die aber auch so eine Art handelförmiges Doppelmolekül bilden. Das ist dann H2, molekularer Wasserstoff, molecular hydrogen genannt. Das ist das Grüne, was wir hier in der Mitte sehen. Und dann gibt es auch noch andere Materialien, gerade im Staub bekannt, sind solche Kohlenwasserstoffe, polyaromatische Kohlenwasserstoffe, PAHs genannt. Hier steht dann Hydrocarbon Dust. Das ist also das, was hier vor allem dann in dem Filter bei 3,3 Mikrometern hervortritt. Und wir sehen einfach dann verschiedene Strukturen, je nachdem, welchen Filter wir nutzen. Genauso wie das auch im optischen Bereich ist. Je nachdem, was wir hernehmen, tritt auch zum Beispiel der Stern unterschiedlich stark hervor. Es gibt hier auch andere Quellen, die zum Beispiel bei den großen Wellenlängen gut zu sehen sind und komplett verschwinden, eben bei den kürzeren Infrarotwellenlängen. Was das Besondere jetzt ist, das James Webb Space Telescope hat natürlich eine sehr, sehr gute Auflösung. Man kann jetzt viel detaillierter die Strukturen sich anschauen im Tarantelnebel. Es gab natürlich auch schon ein Bild von dem Weltraumteleskop Hubble im optischen Bereich aufgenommen. Aber wir sehen jetzt hier einfach komplementäre Informationen bei größeren Wellenlängen und unter Umständen eben auch bei viel Schärfer, sodass wir viel mehr Details sehen können. Das hat auch Konsequenzen für Spektren, die man aufnimmt mit dem Instrument. Also man sieht dann viel bessere Spektren, haben viel bessere Qualität und dadurch kann man eben sehr genau sagen, welche Materialien sich da zum Beispiel befinden. Das Ganze steht natürlich jetzt auch am Anfang, diese ganzen Analysen. Wir sehen hier auch ein Beispiel, dass es eben nicht nur möglich ist, mit Web sehr, sehr tief in den Kosmos zu schauen, Kosmologie zu betreiben, sondern in dem nahen Kosmos. Und da würde ich eben jetzt auch die Magellanschen Wolken dazuzählen, in dem Fall die große Magellansche Wolke. Es sind 270.000 Lichtjahre Entfernung. Es ist aber für den Kosmologen immer noch der nahe Kosmos. Und das Besondere ist eben, dass man hier in die Sternentstehungsregion wunderbar hineinschauen kann. Das ist natürlich auch möglich in unserer eigenen Galaxis, wenn wir uns da Sternentstehungsgebiete angucken. Im Unterschied aber dazu ist hier eine Art Urzustand von diesen Emissionsnebeln gefunden worden. Denn die Zusammensetzung ist eben eine andere. In unserer Galaxis enthalten die Emissionsnebel schon schwere Materialien, also haben eine höhere Metallizität, wie der Astronom sagt. Und hier haben wir eher ein Beispiel beim Tarantelnebel, dass da sozusagen Ursubstanzen drin sind und das Ganze eher einem Objekt ähnelt in der Frühphase der kosmischen Entwicklung. Also wir gucken eigentlich auch da zurück und können das vergleichen auch mit Objekten, die etwa eine Milliarde Jahre nach dem Urknall existieren. Das ist also unheimlich spannend natürlich zu analysieren. Und wir bleiben dran. Wenn ihr Kommentare und Fragen habt, dann schreibt da gerne in den Kommentarbereich. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Like da lassen. Und falls ihr immer noch nicht diesen Kanal abonniert habt, dann müsst ihr natürlich hier ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal.